Die Kirchenväter bezeugten die jüdische Identität des Tieres Bereits die ersten beiden Kirchenväter, die ausführlich über den Antichristus schrieben, Irenaeus von Lyon und Hippolit von Rom, lehrten, dass er der kommende beschnittene jüdische Messias sein wird. Dieser Auffassung waren auch viele andere Kirchenväter wie z.B. Kyrill von Jerusalem, Johannes von Damaskus, Rufinus von Aquilea, Sulpicus Severus, Victorius von Petau und Methodius von Olympus. Johannes Chrysostomus lehrte, der Antichristus werde der uneheliche Sohn einer jüdischen Frau sein. Methodius glaubte, der sich auf den Thron Jerusalem setzende Antichristus werde ebenso wie Judah Iskariot aus dem israelitischen Stamm daankommen. Zenopius von Florenz nahm diese Herkunft des falschen Messias ebenfalls an. In Hinsicht auf Lukas 10,13 und 15 vermutete er, der über okkulte Kräfte verfügende Antichristus werde in Horazin geboren, in Bethsaida aufgezogen und in Capernaum zum Regenten gesalbt werden. Johannes von Damaskus warnte davor, den Begriff Antichristus nur mit dem Christentum in Verbindung zu bringen, denn das in seinem eigenen Namen kommende Tier werde sich in den jüdischen Tempel setzen und sich dort als Gott ausgeben. Victorinus von Petau erkannte ebenfalls, dass die den Sohn Gottes ablehnenden Juden den betrügerischen Messias annehmen werden, der sich als Gott bezeichnen wird. Irenaeus, ein Schüler Polycarps, letzterer wurde vom Apostel Johannes zum Bischof von Smyrna eingesetzt, sah in dem ungerechten Richter aus Lukas 18,6 ein prophetisches Bild des Antichristus, den die Witwe, also die irdische Stadt Jerusalem, in Lukas 18,1-8 um Hilfe anfleht, sodass er seinen Regentschaftssitz an diesen Ort verlegt und sich dort im Tempel anbeten lässt. Siehe hierzu das noch folgende Kapitel, die Leugnung der Witwenschaft Babylons im vorliegenden Artikel. Stimmengewirr und Stimmengewirr und Stimmengewirr und Stimmengewirr. Untertitelung des ZDF, 2020